Wann wird gegen die Tassenfliege las und behandelt? Januar bis März, Oktober bis Dezember? Was versteht man unter Koppeln? Welche Pferde mit den Sehenskrassen meist an den Vorgeln läufend, öffnend das Mundkoppelsuchanspann der unteren Halswurtskalatur mit der Folge, dass Luft in die Speiseröhre eindringt? Was versteht man unter Kreuzverschlag? Kreuzverschlag, Blockierung eines Rückenmüfels, Stoppwechsel, Beziehung der Muskelerkrankung. Und dann müssen wir die Töne riten, die Töne wieder zumachen, über die Wifi riten und versuchen zu lassen und in diesem Bierrecht zu verbleiben. Und hier müssen wir die andere Hand passen. Nein, wir können alle gehen. Wir können... Das könnt ihr mal wieder reisen. Wir können alle gehen. Die Strasse kann ja auch wieder reisen. Ich kann ja auch wieder reisen. Ich kann ja auch wieder reisen. Drei Mal von der Papier. Drei Mal von der Papier. Drei Mal von der Papier. Ist die Paterrestrische? Die Mäste. Nein, ich würde es gerne unberissen. Wir berissen macht das so, was wir nicht. Ich bin jetzt richtig so. Und der Bauchräure ist leckend in die Dach. Danke. Wenn man junge Rose oder Rose hat, dann müsste das noch nicht mal sehen. Das ist auch noch. Das ist... Drei Mal von demnuch. Wow. Wow. Good. Danke. Danke. So, so. Okay? Wollen wir auch mal das? Super, ich mache das.